Warum Reinkarnation? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Frage aus der Reihe Fragen an Sukadev. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Eine Frage, die mir also gestellt wurde, ist, warum Reinkarnation? Und diese Frage kann man auf zwei Weise interpretieren. Zuerst wäre die Frage, ja, warum reinkarniert man sich? Die zweite Frage wäre, warum ist die Reinkarnationslehre sinnvoll? Ja, ich will mit der zweiten Frage beginnen, der zweiten Interpretation dieser Frage. Warum Reinkarnation im Sinne von, warum ist die Reinkarnationslehre sinnvoll? Ich habe hier ein Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, und da gehe ich unter anderem darauf ein, welche Vorstellungen Menschen haben für das Leben nach dem Tod. Und hier würde ich sagen, die Vorstellung von Reinkarnation ist vielleicht eine besonders sinnvolle. Und hier könnte man sagen, ja, warum die Vorstellung von Reinkarnation? Weil sie besonders sinnvoll ist. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen über das Leben nach dem Tod. Man kann zum Beispiel denken, nach dem Tod ist alles zu Ende, das Nichts nach dem Tod. Im Menschen sträubt sich etwas dagegen. Irgendwo hat der Mensch das Gefühl, er ist Bewusstsein, und Bewusstsein ist nicht Materie. Es kann nicht alles zu Ende sein mit dem Tod. Und so macht es Sinn, sich bewusst zu machen. Nein, mit dem Tod ist es eben nicht alles zu Ende. Dann gibt es die Vorstellung, ein Schattenreich, dass es nach dem Tod weitergeht, aber nicht mehr so wie bisher, sondern irgendwo weniger intensiv. Es wäre meiner Ansicht nach eine grässliche Vorstellung. Oder die Vorstellung ewiger Himmel, ewiger Hölle. Und wie kann es sein, dass man in einem Leben letztlich auch für die Ewigkeit alles machen soll? Es macht für mich keinen Sinn, dass man sagt, ein kurzes Leben, das ein paar Jahrzehnte dauert, soll Millionen und Milliarden Jahre Leiden oder Freude beinhalten. Oder auch die Allerlösung. Alle Menschen gehen nachher irgendwann zur Erlösung über. Das ist zugegebenermaßen für mich eine zweite Vorstellung, die ich irgendwie noch akzeptieren kann. Und es gibt im christlichen, modernen Christentum, der christlichen Theologie, so einige Interpretationen dieser Allerlösung, auch wo irgendwo der jüngste Tag, jüngstes Gericht, so eine Art Ausgleich ist, wo man durchaus sagen kann, auch ein faszinierender Gedanke. Gut, dann gibt es auch noch die Vorstellung, ja, wir wissen nicht, was nach dem Tod ist, aber seine Grundungewissheiten, die viele Menschen würden sagen, ich weiß es nicht, spielt auch keine Rolle, aber es spielt immer dann eine Rolle, wenn dein Leben in Gefahr kommt oder das Leben anderer. Menschen wissen nun mal, dass sie sterben, man kann es verdrängen, aber immer dann, wenn die Sterblichkeit des Menschen wieder ins Bewusstsein kommt, dann wird es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und hier hat der Gedanke von Reinkarnation eine Faszination. Reinkarnation besagt ja, oder Reinkarnation ist ja meistens verbunden mit dem Gesetz des Karma. Und das Gesetz des Karmas besagt, dass du das erlebst, was für dich gut und wichtig ist. Das Leben ist eine Schule, Schicksal ist eine Chance, du lernst durch Erfahrungen, du lernst auch durch bewusstes Lernen, du lernst, indem du Aufgaben erfüllst. Du hast Aufgaben in diesem Leben. Du hast auch Anliegen, Herzensanliegen. Nicht alles bekommst du in diesem Leben geschafft. Also kannst du es im nächsten Leben noch machen. Trotzdem, warum Reinkarnation? Ja, du solltest trotzdem in diesem Leben dich bemühen nach bestem Wissen und Gewissen, so gut wie du kannst. Aber im Bewusstsein, was du in diesem Leben nicht erledigen kannst, dafür hast du ein nächstes Leben. Warum also Reinkarnation? Damit du dich über viele Inkarnationen entwickeln kannst, dass dein Leben einen Sinn hat, dass es eine Gerechtigkeit gibt und damit du das Ziel des Lebens in vielen Leben erreichen kannst. Bleibt natürlich die Frage, und warum reinkarnieren wir uns? Warum Reinkarnation überhaupt? Ja, eben damit wir uns entwickeln können. Die zum Beispiel die Yogaschriften sagen, du bist das unsterbliche Selbst, du bist der Atman, sein Wissen, Glück, Seligkeit. Aber momentan identifizierst du dich mit dem Körper und der Psyche. Damit du das Ziel deines Lebens erreichst, musst du in der Lage sein, dein Geist zu transzendieren. Und damit du das kannst, brauchst du physische Lektionen in der physischen Welt. Also Reinkarnation in dieser Welt hast du zum einen die Aufgabe zu lernen, zu wachsen, dich zu entwickeln, anhand der Aufgaben, die dir das Leben schenkt, anhand der Erfahrungen, die du machst, anhand der Umstände, in denen du bist. Und als zweites hast du auch in dieser relativen Welt einige Missionen zu erfüllen. Also warum Reinkarnation in dieses Leben, in dem du bist? Weil du hier etwas Gutes bewirken kannst. Und weil du hier lernen kannst und wachsen kannst. Ja, mehr Informationen zum Thema Karma und Reinkarnation in meinem Buch zum Titel Karma und Reinkarnation und natürlich auch auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de Und wenn du bei Yoga Vidya ein Seminar mitmachst, eine Ausbildung, kannst du auch Fragen über Reinkarnation stellen. Zugegebenermaßen in unseren Lehren im Ashram steht Reinkarnation nicht besonders im Vordergrund. Du kannst auch bei Yoga-Seminaren mitmachen, ohne jemals etwas über Reinkarnation zu hören. Aber wenn du Interesse hast, kannst du immer Fragen danach stellen. Tatsächlich ist es doch am wichtigsten, in diesem Leben gut zurecht zu kommen, nicht zu viel aufs nächste Leben zu verschieben. Aber im Hinterkopf kannst du behalten, was du in diesem Leben nicht schaffst, dafür hast du dann noch andere Leben. nein, ACTU-VAIL , prés blb pins 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 iks